Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. So, dann gucken wir mal, ob Gerby das schnallt. Wo wir da her müssen. Mal gucken, was hier abgeht. Ich sehe dich. Mal gucken, sieh. Ich glaube, sie hat genug geblieben. Das ist der beste Moment. Hm. Kommen die Reihen. Hm, hat man in die Kamera genommen. So, Mikro und Scheiße ausschreiben. Was denn? Nachtsicht? Nachtsicht, ja. R3. Ach so. Ich finde es ja witzig, dass wir das Wasser ausgeschalten haben. Es wird immer noch fließt. Ja, das habe ich mir auch so die ganze Zeit gedacht. Ah, guck mal, hier ist auch nix. Ah, guck mal, hier ist auch nix. Da haben wir nix, da nix. Warum haben wir das abgeschalten? Warum? Ja, ich gehe ja immer noch von drinnen aus, damit, dass sich irgendwas drinnen nicht mehr dreht. Gut, dass die alle ein bisschen doof sind. Gut, dass die alle ein bisschen doof sind. Ja. Heilprophetsprache sind das Worte. So. Na ja. Merkt er alles nicht. Doch, merkt er. Was? Er hat entzündete Augen? Mhm. Oh, ist ein bisschen sauerblind. Ach so. Dann kann er vielleicht einen Schwerbehindertenantrag stellen. Ah. So, hier dreht sich ja alles nix mehr. Aber was hilft uns das? Ich glaube, er hat die Tür aufgemacht. Ich bin nicht so. Guck mal. Ah, das ist so. Ich will jetzt nicht noch mal sein. Auch da vor allem. Es ist ein wenig grandes. Es ist ein wenig. Es ist ein wenig. Es ist ein wenig. blöder zeitpunkt ich glaub du blühtest echt, was wenn du nicht so hast ich versteh es nicht da unten drunter oh gott ja das hätte er ja aber auch irgendwie mal kommunizieren können oh, ich nehme mir, wenn man die mal braucht ich kann nicht rein, weil ich verletzt bin und da oh wegzähl rum oder es hat jemand ein Picknick gemacht hier im Feld ja, die Milch wird schon noch gut sein meinst du? will ich da rein? wird die Milch da nicht automatisch zu Käse? ja 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 Ich bin, ich erwarte, und ich bin mit dir. All die Eiferschläge, die wütend sind, O Gott. All die Blut der Blut entfernt von mir. Ich bin gegen dich verletzend. Your enemies nehmen dein Name und Fahne. Doe ich nicht diejenigen, die dich selbst verletzten? Und doe ich nicht diejenigen, die sich gegen dich verletzten? Ich verletze sie mit vollem Gefühlen. Ich betere sie mich. Search me, O Gott, und weiß mein Herz. Try me und weiß meine Gedanken. Glaubst du siehst du? Ich bin mir nicht sicher. Er hat mich nicht gesehen, die Heule. Gott, die hat mir den Schwarz abgeschnitten. Au. Der Sammerfließ. Voll gestriert. Ich glaube fast, die spürt eine Aura. Super. Oder auch nicht. Oder doch. Ich entscheide mich noch. Ach, wir sind schon an der Mine jetzt. Hm. Super. Erstmal filmen. So viel Zeit muss sein. Oh, da ist ja nicht viel rausgegangen. Na ja, mal gucken, was da drin ist. So, da ist ein bisschen glütgestapelt. Wollte ich aufmachen? Nee. Das ist ja jetzt schon wieder lang. Oh, endlich. Geil. Jetzt freu ich's nicht mehr. So cool. Hm. Doch, bisschen Haken. Den würde ich tatsächlich zur Verteidigung behalten. Hm. Was habe ich jetzt nicht gemacht? Oh shit. Welches mit dem Haken? Auf jeden Fall die Tür zugemacht. Yummy. Ist der gut? Kann ich dir helfen? Was kommt, wenn man zu lange an der Sonnenbank hängt? Die haben sogar abgeschlossen, ich meine. Ich habe jetzt aber nur einen Haken. Was will ich mit dem Haken? Ja, nochmal durchrutschen. Schön. Schön. Das ist ein Taschenlummer. Aber hier komme ich doch auch her. Ja, aus dem Absprallkuss. Ja, aus dem Absprallkuss. Aber du hast ja nur den Anfang von dem Haken. Und die Kette hast du ja nicht. Ein Haken. Ein Haken. Ja, ein Haken. Martha. Oh, meine geliebte Martha. Meine meistgeliebte. Achso, er hat noch mehr. Er hat noch andere Marthas. Die liebte aber nicht so. Ich denke, wir müssen tauchen, was wir machen. Was? Ja. 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 Ich hätte mir gedacht, irgendwie den Haken hier einhängen, dass du das mit aufziehst. Aber... Was ist rechts da noch für eine Klappe? Lass mal einen Schneck nehmen. Da ist eine Tür. Na, da liegt ein Stück Fleisch vor. Ist blockiert. Ein kleines Stück Fleisch. Tja. Oh, hier ist doch nix. Da habe ich mich so gefreut, dass wir endlich weiterkommen. Also, das Spiel ist für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, so konzeptlos. Ah, irgendwie steuerst du dir von einer Kacke in die nächste und... Weiß nicht wirklich. Ja, du weißt gar nicht, was du direkt machen sollst. Ja klar, die Lin suchen aber. Was will ich mit dem Haken? Nein! Hm. aber wir wollen ja in die mine können wir uns vielleicht mit dem parken irgendwo hier sind wir auch sowieso ich kann die ja aber ich kann nirgendwo ran klicken oder irgendwas wo ist das mal zurück und weiter voranzukommen oder was er hat ja auch gar nicht erwähnt dass er einen haken braucht den haben wir durch zufall quasi wo bin ich denn her gekommen ich bin jetzt aus dem rücken glaube ich also da geradeaus ja an die tote kuh kann ich mich erinnern an der toten kuh rechts aber hier war das plan strecken da ist noch eine batterie ah hier oben waren wir ja vorhin genau hier sind wir gekümmt hier ist man runtergerutscht und hier runter hier rein hier ich glaube das ist ihr haus ich glaube ich glaube die mag mich nicht ja das ist ja jetzt auch streng genommen haus friedensbruch doch war es nicht so eng gesehen ja nein nein sind ja bürgerliche kategorie die hat's mit pümmeln die schneiden wir den pümmel ab ja vielleicht ist das so eine manze ich bin aber nun schon vorbeigereimt lang gelangst du die weiß ich schon durch bin ist erforschen ja ja Charlie ist dran Ja ne ist klar Ach man neuer Kill Ach ne doch wie dann was Aber trotzdem wieder in den Eier Amen Oh verdammt Nein Alter ich bin nicht mal ganz drinnen Da kriegt die mich schon wieder oder was Ja die hat ja auch gesehen dass du ihre Briefe lesen willst Aber die muss dich da irgendwo verstecken können trotzdem Das macht dich nicht unbedingt sympathischer wenn du ihre Bude dabei ausräumst Na doch Ah 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 Ich bin deine Plage und deine Erlösung Äh Ah 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 also ich bin eigentlich dafür dass die unsere freundin haben kann plus baby dann würde ich sagen wir suchen den nächsten flughaufen das ist genau hier unter der Wund Und wie soll ich ihm sagen? Da läuft sie. Redet die eigentlich mit sich selber? Schizophren. Eigentlich nett, du hast immer einen Gesprächspartner. Eigentlich nett, du hast immer einen Gesprächspartner. Ich bin. 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 Viel Text hatte aber auch nicht. Was wollte ich jetzt hier? Ist doch nichts. Und auch im Verband. Das bringt mir nur nichts. Weil ihr mich jetzt sagt, die Eier kaputte macht. Da hilft kein Verband mehr. Ab ist ab. Nee, verstecken. Das ist kein Nordzimmer. Das ist aber sehr liebevoll eingerichtet. Na ja, hast du die Familie mal aufs Verstand angeguckt? Da kannst du nicht so viel verwarten. 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 Ah! Ja, nett von dir. Kannst du mal bitte die Kurbel kurbeln? Ja, hier, dir. Er ist mein See in Ruhe. Na, ist klar. Hat es gehört, wie ich den Haken da eingehangen habe? Rennen die ganze Zeit hinter dein Gesicht hin und her? Hat es gehört. Ist klar. Ist klar. Ja, das Spiel. Ja, du bist... Runde. Zieh! Zieh! Scheiß drauf, reicht! Oh! Teuer ans Maul! Genau! Endlich, machst du mal was Sinnvolles. Okay. Fuck. Nicht anhalten, ne? Ja, kein Problem. Das kann ich. Äh... Nicht anhalten. Oh, Trophäe, Fabian, sehr schön. Ja. Liebste Martha. Schon wieder die Martha. Doch, die geht nur auf den Ofen. Ich weiß gar nicht, wie viel Martha es hier gibt. Ich weiß gar nicht, wie viel Martha es hier gibt.